Was mich für den Film her stört, ist mein Leben. Was dich wahrscheinlich am meisten stört, ist Lava. Oh ja. Ich weiß ja nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber es ist einfach immer wieder ein Volksfest mit dem Stagy Minecraft zu spielen. Ich bin total. Genau. Weil meistens, wenn er dann so ein halbes Inventar voll Diamanten-Stacks hat, dann hüpft er dann meistens in irgendwelche Lava-Eimer oder so. Äh, Lava-Eimer, klar. In irgendwelche Lava-Seen. Und es gibt nichts Geileres. Super, wir haben unseren Spawn zugebaut. Was? Ich muss mich jetzt erstmal hier freischüppeln. Hä? Du bist unter der Erde gespawnt oder was? Ja. Sag mal, wie viel will denn der? Geh weg. Du hast doch die Axt, ne? Schmeiß mal eine Axt her. Ich habe die Axt, ja. Schmeiß mal. Okay. Okay. Ich schmeiß eine Axt und eine Hau. Die Hau brauche ich jetzt noch nicht, aber die Axt. Nimm die Hau. Nimm die Hau, du Hau. Toymaker's Table. Krasse Geschichte. Weißt du was? Die kann ich ja wieder abbauen. Ich baue jetzt einfach mal eine Toymaker's Table. Die interessiert mich jetzt. Ich glaube, die Dinger sind verpackt. Äh. Was? Die, äh, Buff-Dinger. Glow hat mir jetzt auch nichts gegeben. Okay. Alter. Das ist total geil. Ich kann mir hier für Holiday Spirits, kann ich mir eine riesen Schneeflocke bauen. Ich habe hier irgendwas gefunden. Ich kann mir einen Dreidel bauen. Was kannst du dir bauen? Einen Dreidel. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das ist gut. Und zack. Ich habe eine coole Waffe. Was ist das denn? Wo bist du? Ich bin da links gelaufen. Ja, dann kommen wir wieder nach rechts. Ja, komme ich gleich. Oh. Ja, klar. Boah, ist aber los. Ey, der Glow, der Glow gibt mir keinen Buff. Jetzt habe ich gerade da wieder so ein Buff-Ding genommen, ne? Kam Gift raus, bin tot. Ja, das ist doch. Genau so muss es sein. Ey, diese scheiß Agro-Viecher hier. Wahnsinn, geh weg. Komm, mein neues Schwert. Ja. Feuer, Feuer. Es brett. Schick. Schick. Es stirbt nur. Was? Geil, oder? Boah, scheiße. Komm her, hier. Zack. Kamikaze. Boah. Alter, verfall. Aber schau mal. Geil, oder? Jo. Hat es dir gut. Also wenn du es kannst. Danke. Was ein Arschloch. Also wenn das keinen Stilbonus hat, dann weiß ich auch nicht. Alter, verfallte. Verfalle da ran. Tja. Ja, dann würde ich sagen, suchen wir uns mal einen anderen Planeten, wa? Ja, wir brauchen jetzt erstmal Holz, sonst können wir nicht irgendwo hinfliegen, mein Freund. Ja, ich hab 96. Damit kommen wir nicht weit. Das reicht doch so. Du kriegst eine Kohle? Nein. Ach, für einen Flug im Alpha-System reicht das. Jetzt hör mir doch mal zu. Zehn Holzstecks. Das ist eine Kohle. Oh, ich wollte gerade sagen, das Holz kann ich gar nicht mal reinpacken. Äh, ist ja doof. Hörst du ja nicht auf mich. Ne, natürlich nicht. Hab ich schon mal jemals auf dich gehört? Nö. Na also. Und hab ich damit irgendwie Probleme gehabt? Nein, ich bin immer gut gefahren. Super, ich bin wieder vergiftet und ich werde jetzt elendig rengen. Okay, der Planet ist scheiße. Ganz ehrlich. Oh ja. Ich will sterben. Kohle, Kohle, Kohle. Ich möchte sterben. Ey, ich sterbe nicht, warum nicht? Pff. Jetzt gibt er schon auf, ey. Wahnsinn. Ach, warte mal. Hier ist doch irgendwo ein Zelt. Da dringt halt ich doch fenn. Genau hier ist es. Ah, 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 ah. Das ist ein Zelt? Epp. Echt? Ja, ich geh mal eine Runde fenn. Ach. Hier ist Kohle. Dumm, die dumm, 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 dumm. Oh Mist, wo kann man denn jetzt nochmal die... Was steht denn da dran? Stray? Ich kann nicht lesen, es ist zu dunkel, ey. Was ist für ein Ding? Lauf mal ganz nach links. Ne, ich hab hier grad Kohle. Ja, ist hier auch. Lauf mal nach links. Nimm die Kohle. Die brauchen wir. Um von dem scheiß Planeten hier runter zu kommen. Um von dem Ofen, ne, konnte man nochmal Kohle machen, ne? Mit dem Ofen. Boah, keine Ahnung, du. Ich glaub schon, aber... Pfff. Ey, ich hab ne rote Lampe, seh ich gerade. Boah, cool. Und ein Amboss. Pornolicht. Und ein Amboss. Und ein Amboss? Oh, geil. Hm. Sparen wir uns Eisen. Da steht. 2, was steht da? Boah, schon wieder. 2, 6, eh. Welcome back. Aha. Äh, was? Keine Ahnung. Irgendeine Hörung riefen auf Englisch, weiß ich noch. Achso, okay. Boah, die komischen da mit dem... Mit dem Sichelschädel da, die macht... Bitte? Ich find doch, das ist total lange dunkel. Hm, allerdings. Ich weiß nicht, ob die jetzt vielleicht auch unterschiedliche Tages-Nacht-Zeiten haben oder sowas. Also ich hab gelesen, ja. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Also ich weiß es nicht. Ich mein, ich hab es gelesen. Sag mal, es war so. Mhm. Ah, das ist ne Kiste. Bist du nach links gelaufen? Ja, genau. Da ist auch Wasser, da war ich grad auf. Ja. Da ist auch ein brennendes Ölfass. Hey, das kann man mitnehmen. Barrel Fire. Da kann ich das Holz rein tun, glaub ich. Kann ich kochen. Nee, hab ich grad schon probiert. Hier nicht. Okay, aber... Ich kann das rohe Alien-Fleisch da reinhauen. Zack. Yeah. Yeah. Ich glaub, ich nehm mir das Barrel Fire mit. Das hat einfach Stil. Hörst du das? Da steht, da steht, sie haben... They said they would come back. Sie haben gesagt, sie würden zurückkommen. Also wahrscheinlich haben... ...haben ihn seine Freunde... ...irgendwie auf den Planeten gelassen. Also, ich hab jetzt hier so'n bisschen Holzwerken. Wir sind jetzt schon bei 500. Oh, sehr gut. Hier ist wieder Kohle. Oh. Hier ist zwar viel Kupfer, aber ich werd hier grad voll angegriffen. Ich hau ab. Ich? Ich nehm mir das Silber da mit. Mach das. Wir brauchen auf jeden Fall einen Ofen. Das ist hier wichtiger. Ich glaub, ich hab da ne schöne Buff-Kiste gefunden. Ja, also du bist ja nicht weit hinter mir. Ah, okay. Aber du siehst keine Bäume mehr, ne? Hab ich alle weggebracht? Ne, Bäume sind absolute Mangelware hier. Und das sind ein Waldplaneten, weißt du? Da ist doch was faul. Drei müsstest du gleich sehen, aber nur weil da Gift ist. Da möchte ich unbedingt nicht abholen. Haben wir das hier etwa mit feigen Mitarbeitern zu tun? Oh, ja. Was will er denn? Alter, jetzt mach mal nicht so'n Alarm hier. Weg, weg, weg. Weg. Na, also. Ich hab übrigens die Crafting-Table für die, äh, für die Santa-Klamotten hier noch. Sauber. Hey, die Santa-Klaus-Klamotten sind besser als meine jetzigen. Echt? Joa, die halten vor allen Dingen warm. Kupfer. Aber, ich kümmere mich mal lieber um Holz. Das ist wichtiger. Nimm Kupfer auch mit. Brauchen wir doch nicht. Ja, du machst das schon. Ja, du machst das schon. Nee. Ja, komm mal her, hier. Das Rieseneisen vorkommen lässt einfach so mir nichts, dir nichts liegen. Wahnsinn. Wenn, äh, ich dann nicht. Nein, nein. Ich hab ja schon tausender Stack Holz. Drölfen zwünftig Eisen und der nimmt nix mit, Mann. Oh, nein. Ich möchte nicht. Ich möchte wieder zurück. Lava? Mhm. Oh, Kupfer. Jede Menge. Aber schön, wie, wie ich das direkt weiß, was los ist. Och, nein. Kommt. Die Bäume sehen total cool aus mit dem Feuer so da drin. Ja. Ich sehe die drei Bäume. Ja, da hab ich auch schon ein paar. Oder, ne, einen glaub ich, weil ich hab vorhin einen umgehauen. Ach, die sind aggro. Ja, super. Was, die Bäume? Nee, die scheiß Viecher. Boah, mein Leben, ne. Ich drehe mich. Du, ich, ähm, wenn du jetzt nicht so rennst, ich hab Bandagen da, gell? Ich hab auch drei Stück. Ich hab drei. Dann ess mal eine. Mach ich da jetzt. Gut. Schön Bandagen fressen. Irgendwo hör ich hier was. Ach, da bin ich? Das hört sich so komisch an, wenn du auf. Wenn du... Das hört sich so komisch an, wenn du auf, äh, links, äh, läufst. Auf hier. Was ist das hier? Jetzt bin ich hier schon wieder. Mann. Echt? Mach das so so. Nee, so komisch. Keiner so. Okay. Also so Thunderdome-Zeiten. Was? Kennst du die Thunderdome? Thunderdome oder was? Ja, Thunderdome, ja. Äh, war das nicht irgendeine... Oldschool, oldschool. War das nicht irgendeine Techno-Veranstaltung oder so was? Ja, ja, genau. Wo die ersten Techno-Töne kamen. Piep, 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 piep. Achso, als wir das erste Mal mit dem Rechner Musik machen konnten, oder wie? Ja, so ungefähr. Oh, ich hab schon wieder ein fettes Fünfer. Und Platiumohr. Nice. Und Silber. Sehr nice. Na ja, ich lass den Rest mal hier stehen. Okay, ich lauf weiter. Genau, machen sie das. Ich lauf auch weiter, aber. Ei, Lava. Jetzt fern mal genau hin, wenn du bei Aschen läufst. Fün. Also, hört sich an wie Schnee. Achso, du fällst runter. Da macht es nämlich so richtig so... Fün, fün. Danke, ja. Also, das hier ist Obsidian auf jeden Fall. Das braucht nämlich scheiß lange zum Abbauen. Und deswegen hab ich ja nicht abgebaut. Aber da gibt's Kohle. Kohle, Mann. Kohle. Ich will auch Kohle. Was denn? Kohle. Alter. Was haben wir denn gefunden? Uran. Na? Vergisst du Push-to-Talk zu benutzen? Ja, ja, ja. Aber ich hab grad hier voll rumgeprügelt. Ich konnte grad nicht. Entschuldigung. Okay. Das sieht ja mal richtig cool aus, das Gebäude. Go. Ach, du hast ein Gebäude gefunden? Oh ja, aber ein cooles. Ein cooles? Ja. Na dann. Ich lauf mal kurz zwei Meter weiter. Dann lauf ich nochmal zurück. Boah, das braucht so lange Obsidian abzubauen, Mann. Und schon wieder, na boah, 10 Damage, alter Schwede. Und gar nicht mal so langsam. 1,35. Geht klar? Das ist ziemlich gut, ja. Ja, mein Eyeball Slasher hat auch DPS 9, glaub ich. Und, und was? 1,71. Mit DPS 8. Also, ich bin jetzt dafür, wir, ich hab jetzt auf jeden Fall genug Holz. Ich hab jetzt schon, warte, 1257. Okay. Also, daraus sollten wir eigentlich genug Kohle schütteln können. Das sollte durchaus für eine Weile reichen, ja. Ich hab auch, ähm... Was sehen denn da meine Augen? Hier ist ein Anker. Was, ein Anker? Ah, geil. Geil. Also, das Eisen nehme ich jetzt nicht mit. Warte, da gehen wir gemeinsam rauf. Ja, ich will auch was, ja. Und du lässt mir wieder nichts übrig, so wie ich dich kenne. Ich doch nicht. Ja. Hier ist aber Lava, Mann. Der Vogel schaut geil aus. Ihr blöden Federviecher. Meck. Äh, hier kommt man. Was kommt? Ich musste mich mal hier so ganz gekonnt einbuddeln. Da kam gerade so ein böses Vieh, da wollte ich mich kaputt machen. Konntest du wieder nicht warten? Bist du wieder raufgegangen? Ja. Weißt du? Das ist so deine Taktik. Jetzt wartest du wieder, bis ich komme. Dann kassiere ich die Dresche und du gehst looten. Ja. Das Kobolde schaut echt cool aus. Ich nehme das Ding hier mit. Bist du erst mal da? Ja. Geh mal ganz nach oben, dann siehst du so ein cooles Ding. So ein cooles Ding? Uh. Das Rad will ich. Cool. Und die Kiste auch. Ach ja, und die Dings. Haha. Die Suchscheinwerfer. Die sind wichtig für mein persönliches Wohlbefinden. Was sind deine Kompanien, Jungs? Die kriegen auf die Fress. Uh, da ist ein Totenkopf. Die will ich auch. Ey, ich will hier oben wohnen. Ich habe ein Graffiti abgebaut. Ey, Gold. Ist das geil. Ich kann Graffiti abbauen. Ey, wenn ich mich jetzt nicht richtig erinnere, hier konnte man sich doch Waffen kaufen, oder? Boah, unter Umständen. Also, ich habe bei so Luftpiraten schon mal eine Waffe gekauft, ja. Ey, die haben ja alle Knarren, deswegen. Ja, ja. Die haben ja sogar Toiletten. Also, was ist jetzt los? Jetzt haben die da von sich ein Ruck geknallt. Tja. Du, ich würde die nicht unbedingt direkt beklauen, weil ich weiß nämlich nicht, die wollten es im Nachhinein Ach ja, stimmt ja. Einfügen. Ach ja, und ich darf ja gar keine Waffe mit tragen. Äh, ja. Die wollten es nämlich im Nachhinein einfügen. Sag mal, die Kisten nimmst du auch nicht mit, oder? Geil, eine Trompete. Was, eine Trompete? Geil. Schick, schick, schick. Also, jetzt habe ich richtig Angst hier zu klauen. Jetzt kaufe ich mir erstmal eine Waffe, kaufe ich mir erstmal eine Waffe und dann klaue ich. Jetzt, warte erstmal. Ich möchte auch erstmal eine Waffe kaufen, bevor du, bevor die hier jetzt dann anfangen, aus allen Rohren zu ballern. Keine Sorge. Alter, wie viele Vogelmenschen hier sind. Ich möchte hier irgendwo kaufen. Hier ist wieder eine normale, normale Gravität. Ja, habe ich vorhin auch schon gemerkt. Hä? Hier. Oh. Oh mein Gott. Jetzt gehe ich mal wieder zurück. Hier ist wieder... Was kannst du dir denn hier schönes kaufen? Komische Gravität. Weiß ich nicht. Hier kannst du dir eine Waffe kaufen. Hä? Hör genau zu. Hat zwar nur 7 DPS, ne? Mhm. Aber Zwing Speed von 4,03. Nicht schlecht. Boah, hier ist eine Waffe. Eine Pistole. Mit 5,25 Feuer. Rater. Nice. Sag mal, was hast du denn da eigentlich gemacht, ey? Wie soll ich denn hier hochkommen? Schaffst du schon mal. Wahnsinn. Gib dir Mühe. Der baut sich da ein Stiefel zusammen. Hey, irre. Ich habe mir jetzt eine Knarre gekauft. Oh, was ruckelt das so, ey? Ich bin ja gerade auf 15 FPS. Ja, hatte ich gerade auch. Was ist los hier? Jetzt geht's klar. Ich habe jetzt eine Knarre. Oh, das ist übel. Er schießt da keinen. Ich sag's dir. Boah, alter geht die ab. Aber meins war es hier gleich für eine Metzlingel steht, wenn wir hier wirklich alles wegschlagen. Wo ist denn der Hans Wurst? Hier oben. Da hinten. Ah, der da. Äh, wieso kann ich mir die nicht kaufen? Achso, ich habe nur 300. Ja, guck, hier muss irgendwo noch Pixel rumliegen. Wenn nicht töten, weiß ich gleich alle außer denen. Äh, ja, ob der dann überhaupt noch mit uns handelt, das ist die andere Frage. Ja, wir müssen noch mal weg sein. Okay. Ey, was sehen denn da oben meine Augen? Warte mal. Guck mal da oben, da oben, da oben. Ja, was sind denn da oben, da oben, da oben? Siehst du das nicht? Ja, da ist ein Steuerrad. Geil. Ach, schade, kannst du nicht dran stellen. Oh, langweilig. Ich will die Karte hier, die ist viel cooler. Dann nehmen wir gleich schon alles, keine Sorge. Ja, ja, ich muss nur Pixel suchen hier. Ich gehe mal ein bisschen klauen. So, schön Tür zu. Mach die Tür wieder zu, gell? Meinst du, das war doch auf dem Scheiß-Pod? Ja, auf dem Scheiß-Pod war nichts. Keep your hand, was heißt das? Lass deine Hände da, wo ich sie sehen kann. Hat er echt gesagt? Ich habe mir jetzt einfach nochmal Pixel gemobst. Aus der Kiste. Aber es geht. Hier war kein Pixel drin. Ja, cool, ich kann schlafen. Aber ich kann ja noch nichts verkaufen, ne? Ich glaube nicht, ne? Guck mal hier, hier habe ich gar nichts. Okay, dann lassen wir da hin. Hier ist Holz. Hier ist ein Pixel. Doch, ganz... Alter, hier sind so viele. Ich klaue einfach. Da ist eine Steinhacke, aber die will ich nicht. Ey, cool, ich komme mal die Tropete wegs ins Klauen. Komm, ich spiele so lang Musik, okay? Ich habe hier was. Was, wie viele Musikstücke kann ich denn hier machen? Haben sie neue hinzugefügt?